Jaja, ich bin da, ich bin da. Let's go. Freu mich drüber, dass meine besten zwei Fähigkeiten passive sind. Jo. 5, 4, 3, 2, 1. Wo meinst du den D-Ball? Kennst du doch schon. Meine besten drei Abilities, sorry. Kreis sollte sich bewegen, nicht nur ein bisschen. Hä? Blattlast läuft. Dodge. Frontal. Ich stand gar nicht drin. Raus, raus, raus. Panisch, bin ich dran. Ad. Laun, Alter. Ich war nicht mehr drin und wurde gestunt. Das war richtig komisch. Das ist ein bisschen größer, als es aussieht. Ja, das sag ich auch mal. Ich wollte es nicht sagen, das war so eine gute Vorlage. Dodge. Also dann. Binge. Parsi, du bringe. Ad. Die ist so schon angenehm, gell? Drei Tassen Spiel hier. Hey, willkommen im Club. Vielleicht leckt es auch nur, weil ich Path of Exile im Hintergrund ausfam. Demo, Osman, Demo. Ich glaube, ich bin gerade auf Platz 100. Ich glaube, ich wollte nicht demo sehen. Demo kannst du mit der FPS und so nicht. Dodge. Frontal. Egal, die Pads sollen zogen. Backen Kugel, Alter. Ich schieße auf jeden Fall nur so fünf Shots oder sowas jedes Mal. Die Lags liegen einfach an. Danach rein, ja. Frontal abwarten oder zum Reinen. Willis können ja aus der Kugel wegbaiten, wenn der uns targetet. Holy shit. Ich glaube, wir haben das Timing verpasst. Nee, bist du über 20. Äh, einmal kommt ne. Dodge. Ja, jetzt, da ist es. Da vorne ist jetzt oben. Man kommt zu grün. Rein. Bist du einmal Kugeln kommen. Und danach müsste die Pille down gehen schon. Guckt, dass die Richtung Mond rausgehen können gleich. Mach ne Darkness, kommt hier hin. Zu X, zu X, zu X. Dodge. Warte. Guter. Ich muss sagen, ich finde den Boss nice. Musst du auch mal tauchen. Ich finde den Giga langweilig, Alter. Das ist ziemlich langweilig. Weil der wäre hier in der HC-ID-Stürb. Ja, den bench ich direkt beim Muffick. Ja, ist echt so. Alter, wir spielen den Boss da mit acht Leuten, oder was? Direkt G-Gig. Motti, ich habe da eine Frage. Dodge. Ja? Frontal. Nach dieser Aussage, was passiert, wenn du stirbst? Dann bench ich mich. Er hat Spätschicht. Dann hat er spontan Spätschicht. Müsst du einmal gleich so ein Crossover kommen, vom Frontal mit Dings, dann reinziehen, ne? Ja. Wenn es gleich bleibt vom Timing. Jungs, hier locker. Nee, jetzt kommt noch einmal rausgefahren. Ich schwöre. Ja, ich schwöre. Jedes Mal. Ja, ich schwöre. Da ist es. Jetzt kann man einen ranziehen. Also es kommt nicht immer so. Ja, ich wollte gerade sagen, kann sich im nächsten Trial, dass ich und noch einer sich ablegen und wir gucken einfach mal, dass jeder, also ich gucke, bei welchem Timing und bei welcher Energie die Laser kommen und jemand anderes guckt, wann die Frontal... Squeak, dass du halt Timings rausbekommst. Auf, auf, auf. Aber die Timings werden sich wahrscheinlich davon unterscheiden, wann du den Boss am Anfang in den Pillars siehst. Dodge. Frontal. Du kannst trotzdem mal gucken, ob es um die Energie abhängig ist oder sowas. Also ungefähr reicht es. Ich glaube, ich glaube nicht Locks, müsstest du noch nicht nachgucken können. Wie funktionieren die Locks? Ja. Du kannst mich wieder auslachen, wenn ich frage, ob gelockt wird. Du willst ja nur parsen, Alter. Nicht parsen. Ich hab 10 FPS. Der Parsi will parsen. 99% auf dem PTA. Aber du lebst aber, Relo. Das ist schon mal gut. Kannst du nicht im Mainrate auch 10 FPS haben? Dodge. Hä? Ich bin nie tot. What do you mean? Oh. 4 Minuten Cooldowns sind wieder ready? Ach, wait. Hat keiner. Okay, cool. Doch. Äh, Ash Boy. Äh, auch Army. Äh, geil. Dann hat die Ansage ja Sinn gemacht. Ich weiß nicht, welche Klasse spricht da gerade? Und wie sehe ich die nicht im Raid? Come on. Äh, shit. Der Dinger, Alter. War das Max oder Ripp? Dodge. Max. Der Wichse. Nee, das mach ich nicht als Mord. Jetzt versuchen wir, wie lange es geht, die Dinger zu überleben. Zusammen. Alle cool bei uns? Ja, nicht beim Ersten. AOE. Beim Dritten braucht ihr auf jeden Fall einen Spirit Link. AOE. Spirit Link. Will ich noch einen betrachten? Field Extreme Totem Steht, Alter. Okay, ich kann zwei betrachten übernehmen. Macht ihr das jetzt, bis wir tot sind. Ja, ja. Na klar, ihr seid jetzt doch. AOE. Wie lange ist das nicht? Das deckt doch hoch. Mach auf ihm, go, schau auf ihm. Na, aber war doch okay. Also ich hab alles, was ich willst. Gute Post. Können wir uns, äh...